Hallo zu diesem Video über Ebenen, bei dem wir die besondere Lage der Ebene im Koordinatensystem begründen sollen. Wie immer gibst du dem Video auch einen Aufgabenblatt zum Download. Der Link ist eingeblendet und in der Videobeschreibung. Worum geht's? Zeige, dass die Ebene E, die hier in Parameterform angegeben ist, parallel zur x1-Achse verläuft. Und diesen Nachweis sollst du jetzt auf drei Arten machen. In Aufgabe A sollst du nachweisen, dass sich die vektorielle Richtung der x1-Achse als Linearkombination der Spannvektoren der Ebene darstellen lässt. In Aufgabe B sollst du den Nachweis über die Spurpunkte von E begründen. Und in Aufgabe C sollst du die besondere Lage der Ebene über einen normalen Vektor der Ebene E begründen. Okay, starten wir mit Aufgabe A. Und hier sollen wir nachweisen, dass unsere Ebene E parallel zur x1-Achse verläuft, indem wir zeigen, dass die vektorielle Richtung der x1-Achse sich als Linearkombination der Spannvektoren der Ebene darstellen lässt. Um diese Nachweisstrategie zu verstehen, machen wir am besten zunächst mal eine kleine Skizze. Also hier haben wir jetzt das dreidimensionale Koordinatensystem und unsere Ebene E soll jetzt parallel zur x1-Achse verlaufen. Und in der Skizze werde ich jetzt nicht explizit diese Ebene hier versuchen einzuzeichnen, sondern ganz generell zu skizzieren, was wir hier für das Problem machen müssen. Eine Ebene, die parallel zur x1-Achse verläuft, schneidet die x1-Achse ja nirgendwo, sondern könnte so wie hier an diesem Ausschnitt dargestellt verlaufen. Und man könnte sich die x1-Achse so als Fußleiste vorstellen, wo man hat hier so ein Brett gegen die Wand gestellt, das parallel zu dieser Fußleiste verläuft. Die Ebene hier ist jetzt durch eine Parametergleichung beschrieben und dort gibt es doch diesen Stützpunkt. Das wäre in unserem Falle 5, 6, 3. Und da können wir jetzt zwei Spannvektoren dran zeichnen, die diese Ebene aufspannen. Und um jetzt nachzuweisen, dass die Ebene parallel zur x1-Achse liegt, müssen wir doch zeigen können, dass sich mit diesen beiden Spannvektoren der Ebene auch die Richtung der x1-Achse darstellen lässt. Und die Richtung der x1-Achse nenne ich jetzt mal E1-Vektor. Denn wenn es diese Richtung hier gibt, dann können wir uns vorstellen, dass wir hier so einen Holm parallel zur x1-Achse haben, worauf man eine Ebene hier quasi so balancieren kann. Aber egal, wie man diese Ebene dreht, diese Ebene, die hier balanciert wird auf diesem Holm, diese Ebene wäre parallel zur x1-Achse. Und so fragen wir uns doch, ob man die Richtung der x1-Achse, die man ja durch den Vektor 1, 0, 0 ausdrücken kann, ob sich diese Richtung als Linearkombination der beiden Spannvektoren, ich nenne die mal u und v, ausdrücken lässt. Also können wir jetzt 1, 0, 0 durch k mal 3, 2, minus 4 plus l mal 1, 1, minus 2 ausdrücken. Ich habe jetzt hier die Parameter k und l gewählt, weil wir ja nicht direkt mit der gesamten Ebenengleichung hier arbeiten. So haben wir hier eine Vektorgleichung. Und wenn es einen Wert für k und l gibt, wodurch wir den Vektor 1, 0, 0 ausdrücken können, haben wir das nachgewiesen. Und um k und l zu bestimmen, müssen wir jetzt das zugehörige lineare Gleichungssystem aufschreiben. Was wir ja machen, indem wir hier einfach zeilenweise auslesen. Also 1 gleich 3k plus l und so weiter. Damit ich das LGS hier jetzt komfortabel lösen kann, schreibe ich das in die Form der erweiterten Koeffizientenmatrix. Und ich werde jetzt die erste Spalte hier für l nehmen und die zweite für k, weil ich habe in der ersten Zeile oben links ganz gerne eine 1 stehen. Also das steht hier eine 1, die steht dann hier, also 1, 3 und auf der rechten Seite steht 1, sodass man das lesen kann wie 1 mal l plus 3 mal k gleich 1. Die zweite Zeile ist 1, 2, 0 und die dritte Zeile ist minus 2, minus 4, 0. Ich nummeriere die Zeilen jetzt mit römisch 1, 2, 3 durch und wende jetzt den Gauss-Algorithmus an, um das LGS hier zu lösen. Jetzt möchte ich gerne hier an dieser Stelle eine 0 erzeugen und das kann ich auch erreichen, indem ich die erste Zeile minus die zweite Zeile rechne. Also die neue Zeile römisch 2a erhalte ich, indem ich römisch 1 minus römisch 2 rechne. Und in der dritten Zeile möchte ich hier auch eine 0 kriegen. Und dazu könnte ich doch zuerst zweimal die erste Zeile nehmen, um hier eine 2 zu erhalten und dann addieren wir dazu die dritte Zeile, um dann zu rechnen 2 minus 2 und das wird die 0 liefern. So, jetzt führen wir die Rechnung durch. Die erste Zeile schreiben wir ab, dann wenden wir diese Rechenvorschrift auf die zweite Zeile an. Dann steht hier doch 1 minus 1 ergibt 0, 3 minus 2 ergibt 1 und 1 minus 0 ergibt 1. Dann die dritte Zeile. 2 mal 1 minus 2 ergibt 0, 2 mal 3 ist 6, plus minus 4 ist 2 und 2 mal 1 plus 0 ergibt 2. So, jetzt sieht man ja, dass die dritte Zeile das Doppelte ist von der zweiten Zeile. Das heißt, wenn wir jetzt die dritte Zeile so verrechnen, dass wir zweimal die zweite Zeile 2a nehmen und die dritte Zeile 3a davon subtrahieren, dann erhalten wir doch in der neuen dritten Zeile nur noch Nullen, wodurch diese dann wegfällt. Aber wir können das Gleichungssystem lösen, weil wir haben zwei Unbekannte und zwei Zeilen und aus der Zeile 2a folgt, dass 1 mal k gleich 1 ist. Das setzen wir jetzt in Römisch 1 ein. Dann steht da doch 1 mal l oder l plus 3 mal 1 ist gleich 1. Und l plus 3 gleich 1 heißt ja, dass l gleich minus 2 ist. Und insgesamt haben wir doch so nachgewiesen, dass sich die Richtung der x1-Achse gegeben durch den Vektor e1 gleich 1, 0, 0 als Linearkombination der Spannvektoren der Ebene darstellen lässt. Also 1, 0, 0 gleich 1 mal diesen Spannvektor minus 2 mal den anderen Spannvektor. Und damit ist gezeigt, dass die Ebene parallel zur x1-Achse verläuft. So, in Aufgabe B sollen wir diesen Nachweis jetzt führen, indem wir die Spurpunkte von e bestimmen. Und die Spurpunkte an der Ebene sind ja die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Und wenn wir hier oben nochmal nachgucken, dann sehen wir, dass unsere Ebene, weil sie ja parallel zur x1-Achse verläuft, die x1-Achse nirgendwo schneidet, aber dass sie Spurpunkte mit der x2- und mit der x3-Achse hat. Und genau das müssen wir nachweisen, um die Parallelität mit der x1-Achse zu belegen. Um die Spurpunkte jetzt zu berechnen, suchen wir also die Schnittpunkte mit der x1, x2- oder x3-Achse. Bei der x1-Achse geben wir also vor, dass x2 und x3 0 sind und wollen x1 ausrechnen. Hier ist x1 und x3 0 und hier ist x1 und x2 0. So, im Folgenden werden wir aus dieser Vektorgleichung ein lineares Gleichungssystem rausziehen, aber immer nur aus den beiden Zeilen, wo die Koordinaten auf der Achse 0 sind. Also hier nehmen wir die beiden Zeilen 2 und 3. So. Und diese Zahlen ohne Parameter können wir ja auf die andere Seite bringen, mit Vorzeichenwechsel. Dann sieht das so aus. Hier sähe das dann so aus, wenn wir die Zeilen römisch 1 und römisch 3 nehmen. Und für die Spurpunktbestimmung mit der x3-Achse würden wir die Zeilen römisch 1 und römisch 2 nehmen. Dann müssen wir die linearen Gleichungssysteme lösen. Das mache ich jetzt nicht vor, das kannst du mit dem Taschenrechner machen. Und dann wirst du sehen, dass dieses LGS keine Lösung hat, was ja bedeutet, dass E keinen Spurpunkt mit der x1-Achse hat. Das haben wir auch gefordert. Aber in den anderen beiden Fällen erhalten wir Lösungen mit Werten von R und S, die wir natürlich dann in die entsprechende Gleichung hier einsetzen können, wodurch wir Spurpunkte berechnen können. Das ergibt einmal als Spurpunkt mit der x2-Achse 0,7,5,0 und als Spurpunkt für die x3-Achse 0,0,15. Und so haben wir die besondere Lage unserer Ebene E gezeigt, dass sie parallel zur x1-Achse verläuft, weil es keinen Spurpunkt auf der x1-Achse gibt, wohl aber auf den beiden anderen Achsen. So, als letztes sollen wir diesen Nachweis führen, indem wir einen normalen Vektor unserer Ebene E bestimmen. Und wie soll das jetzt helfen? Schauen wir dazu nochmal auf unser Bildchen. Wenn wir hier unsere Ebene E haben, dann gibt es doch einen normalen Vektor NE, der senkrecht zu beiden Spannvektoren hier ist, zu U und V. Aber wenn die Ebene parallel zur x1-Achse liegt, dann muss doch dieser normalen Vektor doch außerdem auch noch senkrecht zu der Richtung E1-Vektor sein. Um jetzt einen normalen Vektor der Ebene zu bestimmen, können wir doch zum Beispiel das Vektorprodukt der beiden Spannvektoren berechnen, denn der erhaltene Vektor NE ist ja gleichzeitig senkrecht zu diesen beiden Vektoren dann. Und zum Berechnen des Vektorprodukts gibt es hier einen kleinen Trick. Man schreibt zweimal untereinander die Vektoren, so streicht dann die erste und letzte Zeile durch und zeichnet dann so ein Schnürsenkelmuster, wobei wir immer entlang dieser diagonalen Linien wie folgt rechnen. 2 mal minus 2, gehen wir rüber mit Minus und dann minus 4 mal 1 und das ist doch dann minus 4 plus 4 und das ist 0. Dann rechnen wir minus 4 mal 1, dann minus 3 mal minus 2 und das ist minus 4 plus 6 ist 2 und dann 3 mal 1 minus 2 mal 1, das ist 3 minus 2 gleich 1 und das ist jetzt das Vektorprodukt und stellt einen normalen Vektor der Ebene dar. Um jetzt zu prüfen, ob der normalen Vektor der Ebene senkrecht zur Richtung der x1-Achse liegt, fragen wir, ob das Skalarprodukt vom normalen Vektor mal der Richtung der x1-Achse gleich 0 ergibt. Denn zwei Vektoren stehen senkrecht aufeinander, wenn das Skalarprodukt 0 ist. Testen wir das. Der normalen Vektor ist 0, 2, 1 mal E1 ist 1, 0, 0 und wenn wir das Skalarprodukt bilden, also rechnen 0 mal 1 plus 2 mal 0 plus 1 mal 0, dann kommt da tatsächlich 0 raus und wir haben gezeigt, dass der normalen Vektor der Ebene senkrecht zur x1-Achse steht und damit haben wir gezeigt, dass unsere Ebene parallel zur x1-Achse verläuft. So, ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Falls ja, dann lass dem Video doch einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen, erzähle auch anderen von meinem Kanal und schaue dir jetzt noch kurz den Abspann an mit wichtigen Informationen. Danke fürs Zuschauen. Fürs richtige Verstehen und Lernen reicht Zuschauen aber nicht aus. Daher gibt es für die meisten meiner Videos, auch für dieses Video, Arbeitsblätter zum Download, damit du dich schriftlich mit dem Stoff auseinandersetzen kannst. Auch gibt es umfangreiche, kostenlose Aufgabensammlungen, alles mit QR-Codes versehen, sodass du dir einen interaktiven Mathe-Lernordner erstellen kannst, der dich auf dem Weg zum Abi begleitet. Übrigens, wenn du den Kanal gut findest, werde doch Kanalmitglied von Mathe hoch 13. Ab Level 2 erhältst du vorab Zugriff auf Videos, die erst später veröffentlicht werden oder zu Videos, die ich exklusiv für meine Unterstützer mache. Check einfach mal den Kanal-Mitgliedschafts-Button, das ist der Button neben dem Abonnieren-Button. Fragen und Anregungen immer rein damit in die Kommentare und vielleicht sind die Videos im Abspann ja auch was für dich. Bis dahin, ciao! Outro Bis zum nächsten Mal.